Ja, und Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Deadpool, yay! Nur mutend... Okay, ähm, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Frage, wo müssen wir landen? Wir haben unseren Arm wieder, yay! Da. Dum, 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 dum. Warte mal! Oh, das wird nicht helfen! Ich dachte, er macht da auch High God Slack. Wir haben eigentlich zusammen gemacht. Wir haben nur 100.000 Punkte gemacht. Genau, ich wollte eigentlich eine Spielverbesserung. Genau, die wollte ich machen. Die nächste wäre dann vielleicht mehr Munition. Oder muss ich mal gucken. Also Punkte brauchen wir uns ja hier nicht beschweren. Was gibt es denn hier schon? Interagieren. Mal sehen, was ist dringend der Tür Nummer 1. Also, wo sind wir jetzt? Es sieht aus wie ein Genosian prison. Prison? Ich konnte es über eine Blurbe erzählen, bevor jemand auf High Moon's script. Hey, das war kathartisch. Ich weiß, warum wir immer noch versuchen, zu folgen diesen schrecklichen Schreck. Das ist das, was wir haben gemacht? Was auch immer. New Schreck, Sein Ruhm. Make her fall madly. Love with us. Done. Happy? Wir sind besser im Improv. Ja, mach das Ding! Oh Gott! Was haben wir getan? Interagieren? Nein. Warum sind hier keine Gegner? Das macht mir ein bisschen... Ein bisschen Angst. Da hinten kann man wieder mit etwas interagieren. Ich hänge... Jetzt geht's wieder. Ähm... Hallo! Ja, das hat deine Mutter letzte Nacht auch gesagt. Was bist denn denn du für einer? Der hat ja nur einen coolen Move gehabt. Ja, komm schon. Jetzt noch du noch. Komm, krieg ich noch einen 50er hin? Nein, leider nicht. Natürlich nicht. Ah... Jungs, was seid ihr denn für welche? Jungs, was seid ihr denn für welche? So, was sollen diese Leute sein? Sie sehen, wie eine Art... ...eine Art... Haha! Voller Idiot! Hey, siehst du wie Gambit! Ja, aber besser. Ja, das sah aus... Der sah aus wie Gambit eben. Aber viele Gambits... Ernsthaft? Der sah eben echt aus wie Gambit. Weiß nicht, ob es so intelligent ist, in eine Gefängniszelle reinzugehen, Deadpool. Die Exploitte von alleine. Ist ja langweilig! Ist ja langweilig! Komm her! Komm her! Der macht mir meine ganzen Gegner kaputt! Wie gesagt... Na kurz, streng! Resteh knackig! Ah, siehst du! Komm her! Ich hab keinen Bock! Genau, ich hab grad keinen Bock! Auf den Typen! Erinnern Sie deinen Trainern! Hab die Trainern gehabt? So wie es aussieht, hab ich keines gehabt! Daher, 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 daher. Dup, 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 dup. Hi, ich bin Steadpool. Hm, die werfen jetzt keine Punkte mehr ab. Also, komisch. Das ist ja gemein. Fuck. Jetzt weiß ich rum, dass der glänzt. Weil wir wieder hochspringen müssen. Hey, äh... Du hörst gar nicht über die Ex-Bay, aber... Oh, was? Du meinst Rogue? Ja, Blockbuster möchte, die du hier rauskriegen. Haha! Dude, seriously? I'm gonna sing the pee-pee song. I'm gonna sing the pee-pee song. Nice dick. I wanna train the old lizard since level one. Dude, don't talk while I pee, alright? Okay, I get it. Never break the guy code again. Holy crap! Ah! woah! Scheiße, ich kann das keine guten Verrückung fallen. Ich verste die Möglichkeit. Oh,ardsch! Ich liebe dieses Spiel. Oh, sass! Ja, das ist so cool. Das ist diese Kleinigkeit. Ich hab anfangs wirklich gedacht, das ist so, naja, gut Hack und Slack, ähm... durchgehende Gegner töten. Aber das ist echt immer diesen krassen geilen Humor. Das ist besser als South Park, so vom Humor her. Das ist Humor, South Park von Humor, äh, den South Park Humor fand ich teilweise zu much. Und trotzdem werden wir den zweiten Teil dieses Jahr spielen. Ach, da oben ist er. Ach, die leben noch. So lebst du noch. Ach, komm, erst mal wieder regenerieren. Ah! Aber, jetzt ist selbst dazu? Äh, natürlich kann ich immer noch mal. Komm, wir können noch was machen. Ich greife hier immer die Falsche an. Ich glaube, ich muss immer den angreifen, der, genau, der, ähm, ungeschützt ist, bis er sich das Zeichen über dem Kopf hat. Und, Cut! Ach, da ist er noch. Nice. Oh, wir haben schon wieder fast 100.000 Punkte. Kann man hier irgendwas aufnehmen? Nee. Oh, nein, 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 ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Äh, ich bin tot. Äh, ich bin tot. So ein Scheiß. Äh. Ja, tut mir leid, Deadpool. Ja, bin ich enttäuscht. Ich muss mal kurz was aufschreiben. Ähm. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu, äh, vorschrein gejumpt. Oh, jetzt habe ich meine ganzen Punkte verloren. Ich hatte eben fast wieder 100.000 Punkte. Ich hatte fast 100.000 Punkte. Oh, na, guck, ich bin mal schnell wieder zusammen. Ach, ich bin da. War da noch einer? Ah, diese Jungs, ey. Na, wo ist er? Neu, Verbesserung verfügbar. Jo. Nachladen. Wir müssen jetzt tatsächlich den angreifen. Genau. Dann, äh, lassen bei denen die Sch... Natürlich gibt da die, wenn ich die nicht angreife, gibt natürlich jeder Schlag bei denen ein Kombo. Oh, ich will mindestens eine 50er haben. Ich will mindestens eine 50er haben. Okay, wahrscheinlich nicht hin. Äh, schade. Und schon haben wir wieder 100.000 Punkte. Ja, fast. Wo sind denn die ganzen Arschgeiten da? Oh, warum hat die mir jetzt Schaden gemacht, die Granate? Warum sterbt die einfach nicht? Komm her. Komm her. Warum schon? Ach, ich muss ein bisschen Munition einsammeln hier. Wenn hier mal Munition wäre... Wäre das richtig cool. Oh, die Pistolen machen richtig übel Schaden. Scheiße, die Pistolen machen richtig übel Schaden. Okay, Leute, komm her. Es ist nur eine Übung. Okay, das kann man essen. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen Munition für mein MG, aber irgendwie soll mir das nicht verkündet sein. Was haben wir hier hinten noch? Minen? No. Brauchen wir nicht. Oben ist bestimmt noch was. Nope, hier oben ist natürlich nix. Oh, da interagieren wir mal hiermit. Okay, kommt her. Das ist richtig ein Nachbuch, denn... Kommt her, Jungs. Nee, die haben keinen... Oh. Ernsthaft. Ihr habt mir gerade 60... Alter, wieso... Stirbt doch einfach jetzt mal. So geht's aber auch. Trophäenfortschritts. Ich verstehe gerade nicht, warum... Na, egal. Ich muss das nicht verstehen. Wo geht's denn da unten hin? Achso, hier unten können wir noch was einsammeln. Hey, 100.000. So, dann gucken wir mal, was wir noch verbessern können. Nehmen wir mal mit. 75 brauchen wir noch. 75 brauchen wir noch. Das sind zwei mal 75. Das sind zwei mal 75. Das sind zwei mal 75.000. Ich weiß, was passiert. Was immer passiert in der Prisodin. Ich bin schon fast auf der Pfanne. Explodiert er einfach mal vor mir. Ich bin Wade Wilson und ich verabreiche dieses Messer. Wir probieren es erst mal hier. Wo bist du? Das war's nicht, das war's. Dup 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 dup. Oh mein Gott, was der? Warum ist das passiert? Wir brauchen eine kurzfristige Telefonnummer. Peter, Deadpool, was die hell ist High Moon doing in meinem Spiel? Wir benutzen die Geld, die ich in deinem Account verabschied habe, und verabschied das jetzt! Neu! Scheiße, die explodieren bei Berührung. Und dadurch verliere ich meine ganzen Kombopunkte. Das ist doch zum Kotzen, das Spiel. Hey, ist das nicht lustig für dich? Das ist doch scheiße. Mann. Aber ist es groß genug? Ach, Munition, Munition, Munition. Munition. Ich schaffe einen Grenade. Au. Ich habe jetzt echt dadurch noch Schaden bekommen? Ich will mal was gucken. 80.000. Ähm. Ja, ist die Frage, sollen wir die Shotgun in Tucson Arena noch skillen oder nicht? Das ist die gute Frau hier. Hi, Jungs. Oh, die Waffen sind nice. Da, schenke ich euch. Ist alle tot? Jo. Medic, hier gibt's keinen Medic. Wenn ich keinen Medic bekomme, kommt hier auch keinen. Ich konnte es. Oh, der ist die Zukunft. Ah, Mann. Ah. Ja, kann man jetzt mal hier... Jetzt. Ja, super. Alter. Alter, die... Oh, hab ich die nicht gleich genommen. Ich muss mal 20.000 Mal mehr draufdrücken, aber... Und unter der... Ah, schade, noch eine 90er. Fuck you. Alter Schwede. Ja, es gibt leider nicht so viele Punkte für die Waffe. Die kann ich leider nicht so skillen, gell? Nur mehr auf Schmerzschaden. Was ist das eigentlich? Dich hunderte Götze töten, äh, nicht für hohe Combo's. Oh, Gott, es ist verstecken. Au. Was für ein Gemetzel. Also, es gibt... Es gibt eine höhere Combo, aber für die Combo selber gibt es leider nicht so viele Punkte, wenn ich mit den Dingern... Das ist so eine Gratwanderung, natürlich. Okay. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Schön, wie wir alle drauf waren. Ich muss den Typ da ausschalten. Ah, ich bin tot, ich bin tot. Ich kann nicht weg teleportieren, warum kann ich nicht weg teleportieren? Ich kann nicht weg teleportieren, warum kann ich denn nicht weg teleportieren? Es sind zu viele, es sind zu viele. Ich muss den einen Typ hier ausschalten, auf jeden Fall. Warte mal. Ach, der blockt natürlich ohne Ende. Ja, komm, jawoll. Jetzt zu euch. Es ist genau eine Verbesserung verfügbar. Was? Alter, wie ich gerade das 4-Ecks spammen muss. Nice. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Granaten wären ganz cool. Nach unten konnte ich wechseln, okay. Okay, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Aber die Musik ist cool. Baby, ist das, was ich glaube, es ist? Das muss ein Trick sein. Warum wäre es da? Aber nicht in dieser Folge, liebe Leute, denn ich glaube, 20 Minuten sind schon wieder oben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder in einer weiteren Folge von Deadpool. Mein Let's Play hier auf Facebook, wollte ich gerade sagen, auf YouTube. Vielen Dank, bis morgen. Ciao. Ciao.